Olli, herzlich willkommen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, gesamte Leidens-Geschichte. Und im Anschluss ist leider was passiert. Richtiges Rennauto. Also kein Hobby-Spaß mehr hier. Mit den Serienköpfen von euch gemacht. Mehr Leistung als vorher eingefahren. Ja. Diese Downshifts sind immer einfach das Geilste. Muss man einfach so sagen, kurze Anbauerung, so diese runterschalten. Da nutzen wir auch die moderne Technik heute. Das heißt, jetzt bei gleichem Hutraum schon eigentlich 100 PS mehr. Kann man schon so sagen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie ihr gerade schon im Intro gesehen habt. Wir sind immer noch bei Hermann Motorenentwicklung in Salzgitter. Herzlich willkommen. Olaf kennt ihr ja schon. Renke kennt ihr ja auch schon. Und erst mal, Olli, herzlich willkommen. Und zwar haben wir das Glück, dass zufälligerweise hier noch ein Fahrzeug aufgebaut ist. Und in diesem Video geht es nicht nur um das Fahrzeug, sondern die, ich sage jetzt mal vorsichtig, gesamte Leidens-Geschichte zu dem Fahrzeug. Ein bisschen, vorsichtig formuliert, weil nebenan ist nämlich auch noch ein Motor aufgebaut auf dem Motorenprüfstand. Da können wir nachher auch nochmal beigehen. Aber als allererstes deine Aufgabe. Erzähl mal. Ja, meine Aufgabe. Also die Aufgabenstellung bestand im Grunde darin, das Auto abzustimmen. So bin ich letztes Jahr hierher gekommen. Und das ist auch in den Ansätzen erfolgt. Und im Anschluss ist leider was passiert. Das Reglement wurde geändert. Ich hatte gefräste Zylinderköpfe, natürlich mit modernsten Kanalgestaltung. Und das musste abgeändert werden. Wir brauchten wieder die originalen Zylinderköpfe. Und da war es Olas Aufgabe, dann halt die entsprechende Kanalbearbeitung zu machen. Ja gut, das war nicht ganz so einfach. Jeder hat immer gesagt, das kostet viel Leistung. Und Olaf hat da entwickelt, gemacht, getan. Und am Ende sind wir tatsächlich dagelandet, dass wir mit den originalen Zylinderköpfen eine größere Lederleistung erzielt haben als mit den gefrästen. Und das ist eigentlich ein großer Erfolg gewesen. Das hat sich dann auch beim Rollout bestätigt. Wir sind 24 Stunden Klassik gefahren. Ich bin mit dem Ruben Zeltner gefahren, zweifahrer deutscher Rallyemeister. Also der kann auch ein bisschen was, auch auf so alten Autos. Und wir sind von 200 Startern aufs Podium gefahren. Und das war eigentlich das Größte für die ganze Mannschaft und auch für uns. Das heißt, ich fasse zusammen, weil du sagst, das Reglement, richtiges Rennauto. Also kein Hobby-Spaß mehr hier. Einfach ein bisschen so wie ich ein Auto zusammenbasteln, sondern schon fest nach Reglement. Und es geht auch nicht nur um die goldene Ananas, sondern du willst auch richtig Gewinn damit. Ja, ja, das ist das Ziel. Also wir treten nichts zum Spaß an. Zwar gewinnen wir nichts in dem Sinne, nur Ruhm und Ehre. Reicht ja, immerhin etwas. In jedem Falle, in jedem Falle, ja. Was kannst du dann damit fahren? Ich fahre in diesem Falle die Youngtimer. Das ist eine Serie, die erstreckt sich über verschiedene Strecken. Also Spar fahren wir, Zandvoort fahren wir. Wir fahren in vielen Nürburgring-Nordschleife. Und jetzt am Wochenende geht es nach Zolder. Geil. Das heißt, das ist schon deutlich ernster, als es eigentlich aussieht. Das ist so ernst, dass es... Ja, also diese Autos haben jenseits der 350, 360 PS. In diesem Falle haben wir die Marke in jedem Falle geknackt. Wir sind deutlich drüber mit der Leistung. In der Regel mit 3,6 Liter. Wir sind hinsichtlich des Hubraums freigestellt. Müssen halt das originale Gehäuse behalten. Das ist eine der Aufgaben. Und es muss alles irgendwo zeitgenössisch sein. Und das war auch das K.O.-Kriterium für die gefristen Köpfe. Aber das Auto von der Basis her ist irgendein altes Rennauto? Also muss es ein altes Auto sein oder könnte ich jetzt auch eine neue Karosse nehmen? So eine Basiskarosse und so ein Auto wieder selber bauen? Ja, vom Grundsatz her schon. Ganz originale Autos fahren ganz wenige noch rum. Die sind nahezu unbezahlbar. Das Auto ist einem IMSA-Auto von 1975 nachempfunden. Also auch vom Design. Wasik-Vollag. Deswegen auch extrem hinten breite ausgestellte Kutflügel. Breit sind sie alle. Aber das ist schon das, was damals auch ging und in der IMSA so gefahren worden ist. Und was sind das? 20 Zentimeter? Ja, sind hinten 14 Zoll-Räder drauf und die müssen abgedeckt werden. Das ist auch laut Reglement frei vorgegeben? Die Karosseriebreite ist vorgegeben mit 2 Meter. Mehr dürfen wir nicht. Und die nutzen wir auch aus. Ach, wie geil. Ja. Wie, auf was für einem Niveau fährt so ein Auto? Also kann man das jetzt dann als Beispiel so ein Auto vergleichen mit ihren neueren GT3-Straßenautos? Ist das schneller? Ist das langsamer? Ist das einfach ganz was anderes? Na gut, der ganz große Vorteil ist das Gewicht bei so einem Auto. Wir liegen also deutlich unter 1000 Kilogramm. Unter 1000 Kilogramm? Unter 1000 Kilogramm. Ja, und das bringt natürlich bei 350, 360 oder auch 370 PS schon einiges an Performance mit sich. Klar sind irgendwo die Grenzen gesetzt. Wir haben überhaupt gar keine Elektronik. Wir haben weder irgendwelche Stabilitätsprobleme, Systeme drin. Also kein ABS, ASR, gar nichts. Also da ist noch der Mensch gefordert. Wie ist das so mit Achsstand? Muss das alles Serien sein? Das muss alles Serie sein. Ja, ganz genau. Wir können andere Fahrwerke einbauen. Also das, was damals auch verbaut worden ist, sicherlich mit ein bisschen modernerer Technik auf heutigem Niveau. Aber vom Grundsatz her muss das Auto erhalten bleiben. Und alles irgendwo zeitgenössisch. Das heißt auch, ja. So Olli, du sagst hier 3,6 Liter. Das ist dann, ich habe wirklich ehrlich gesagt von diesem Porsche-Botoren nicht so den Plan. Ist die Basis hier dann das gleiche wie so ein 964-Motor oder ist das ein noch älterer Motor? Das ist ein älterer Motor, aber vom Grundsatz her ist ja das Interessante bei Porsche, der Metzger hat ja damals den Motor vom Grund her konstruiert. Und die Kurbelwellen, die können theoretisch verbaut werden, jetzt muss ich gerade mal überlegen, von 1970 bis im Grunde zum Porsche 997. Der hat die gleiche Kurbelwelle. Das heißt, wir bewegen uns dann im Jahr 1900, nee, schon 2000. Also im Grunde kann vieles übernommen werden im eigentlichen Block. Hier haben wir eine mechanische Einspritzpumpe. Das ist das, was im Kern auch immer viele Probleme macht. Und da ist ja Hermann Motorenentwicklung jetzt der Spezialist, was die Abstimmung angeht, auf eine elektronische Art und Weise, weil wird Olaf bestimmt noch was zu sagen. Und im Anschluss das dann halt im Grunde auf die mechanische Variante wieder zu übertragen. Das ist also eine originale PET-6KL von Bosch. Die aber serienmäßig auf diesen Motor nicht drauf war. Doch, diese Pumpen gab es seit 1970, sind glaube ich die ersten auch verbaut worden. Und die sind verbaut worden bis 1976 und dann wurde es abgelöst durch die Kayak-Tronik. Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht, das ist jetzt hier so a la Kugelfischer-mäßig irgendwie so eine Nachrüst-Einspritzung, um halt ein bisschen mehr Leistung rauszukriegen. Basismäßig hatten die 2,7 Liter und 3 Liter gab es die Leuchterarbeit. Die gab es die ersten mit 2 Liter. 2 Liter, als Sechszylinder war trotzdem genug dabei. Und jetzt 350 PS. Und da ist es tatsächlich so, dass jetzt hier an einem Endoskop reingucken würde, ob da ein Serienkopf drauf ist? Das sieht man von unten auch, das sieht man auch an den Kanälen, ja. Man kann also von unten an den Rippen, an den Kühlrippen sehen und aber auch an den Einlässen oder vielmehr an den Auslässen, was für ein Kopf das ist. Das sieht man ja. Die sind auch gestempelt, also da gibt es wenig Möglichkeiten. Das heißt, das muss dann ein Kopf aus den 70ern sein? Ganz genau. Also einen alten Kopf nehmen, auch keinen originalen Repro-Kopf irgendwie, sondern nee, es muss wirklich von damals an sein. Originales Gussteil, ja. Und aber so in Bezug auf Nockenwillen und so hat man alles freie Wahl. Da kann man machen, was man... Kann man sich frei bewegen, ja. Was dreht so ein Motor? Also es gehen bis zu... Also wir sind auf dem Prüfstand schon deutlich über 8.000 gefahren, aber von der Charakteristik ist der auch ein gutes Drehmoment ausgelegt. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur bis zu 7.200, 7.300 Umdrehungen bewegen und haben dann das volle Leistungsspektrum. Die Flachschieber hier zwischen, die sind aber nicht original. Doch, sind auch damals so verbaut worden, dem Original nachempfunden. Bei einem normalen 911 oder bei irgendwelchen Cup-Autos? Bei den Rennwagen. Ah, okay. Das war ja... Und auch nur bei den Rennwagen war auch nur die Pumpe so drauf. Nein, die gab es... Die gab es echt auch schon? Die gab es im Serienbereich auch, ja. Das war noch Zeit, ne? Ich gab es da leider noch nicht, aber immerhin gab es die Flachschieber schon. Und was auch beim Porsche gerade jetzt hier, wo nicht so viel Aufbau oben drauf ist, ist halt immer wieder schön zu sehen, ist, wie tief dieser Motor da eigentlich drin hängt, ne? So, ne? Dieser Boxer-Motor, wenn man sich überlegt, hier eine Kuhwewelle, es ist ja wirklich, hängt da hinten einfach so drin. Letzter Punkt, bevor wir auf Thema Einspritzung eingehen, Getriebe, ganz normal, 5-Gang-H? Oder? Ganz normales 5-Gang-Getriebe, in diesem Fall auch 9-15, ja. Das, was auch derzeit verbaut worden ist. Lässt sich das auch so, ich sage jetzt mal vorsichtig, hart schalten, wie man das von so einem Porsche mit so einem Stangengetriebe kennt? Eigentlich lässt sich das gut schalten. Also, wenn man einen guten Getriebebauer hat, ist das wirklich ein ganz tolles Getriebe, was aber auch behandelt werden muss. Das heißt, mit entsprechender Vorsicht. Also, wie ist das generell so mit Revision? Fahren, fahren, fahren oder schon Pflegeintensiv? Naja, also, ich sage jetzt mal einmal, die Saison muss man schon mal intensiv gucken und alle zwei Saison sollte der Motor einmal komplett gemacht werden. Das heißt, in der Hauptsache, ja, die Lagerung, die dann halt irgendwann verschleißt. Ja, rein prophylaktisch, weil so ein Motor kostet halt auch ein bisschen Geld. Ja, Vorsorge ist besser als Nachsorge, ne? Ja. Ja, geil. Olaf, jetzt zu deiner Aufgabe. Ja, unsere Aufgabenstellung war ja in dem Fall gerade die Abstimmung von der mechanischen Einspritzpumpe. Und in den 70er Jahren war das, das muss man auch wirklich sagen, das haben die Bosch total genial gelöst, weil das ja eine zylinderselektive Einspritzung ist. Und diese Einspritzdüsen haben so einen Abspritzdruck von um die 18 Bar. Das heißt, du hast auch wirklich ein sehr gutes, feines Sprühbild. Und wenn das dann sauber eingemessen ist, dann passt das sehr gut. Und wir haben in der Zusammenarbeit mit dem Jörg Eisenbrand in Saarbrücken, der diese Pumpen revidiert, und der Jörg Eisenbrand hat auch ein System erdacht, muss man wirklich sagen, haben sie genial gemacht, dass wir auf dem Stationärprüfstand, das werden wir gleich sehen, in der Lage sind, im Prinzip ein digitales Kennfeld herauszufahren, wo wir eine geänderte Pumpe haben, die elektronisch verstellt wird. Das heißt, wir fahren jeden Betriebspunkt an von dem Motor, stellen elektronisch die Kraftstoffmenge ein, die man braucht. Und dieses resultierende Kraftstoffkennfeld kann der Herr Eisenbrand wieder rückrechnen in diese mechanische Form von dem Raumnocken. Das ist ja so ein kleiner Ring, der so zerklüftete Oberfläche hat. Und so wird dann der Kraftstoffbedarf von dem Motor praktisch abgebildet. Und dieser Ring, also dieser Raumnocken, befindet sich dann in der Pumpe. Und zum Schluss haben wir dann, und so haben wir das halt bei dem Motor auch gemacht, dass ich individuell auf diese geänderten Nockenwellen, auf den geänderten Hubraum, auf die anderen Zylinderköpfe, so die Möglichkeit habe, den Motor individuell abzustimmen mit der richtigen Kraftstoffmenge. Es direkt digital lassen darf man nicht, laut Regelmord. Nein, um Gottes Willen, das muss die originale Pumpe sein. Aber so hat man halt den Vorteil, dass ich einen historischen Motor so sauber abgestimmt kriege und regelkonform bin. Also dass dann einfach nur wieder das mechanische Bauteil zum Plus halt einfach nur zu dem Motor passt. Das heißt, man nutzt neueste Technik, um es zu vereinfachen, um es dann auf das alte wieder so zu applizieren. Übertrieben gesagt, wie, keine Ahnung, ich will irgendwas abformen und mache da erstmal eine Form, um es dann danach in Blech nochmal wieder herzustellen. Ganz genau so. Aber für derjenige, der ist jetzt nicht, diese Pumpe hier, die ist mechanisch angetrieben über eine Welle? Die hat auf der Vorderseite, wird die von der Nockenwelle, von der linken Nockenwelle, über einen kleinen Zahnriemen angetrieben. Ganz vorne kannst du... Hier hinter ist sogar ein kleiner Riemen. Ein kleiner Riemen sogar, okay. Genau. Und weil du sagst, Zylinder selektiv, hat die dann für jeden Zylinder einen einzelnen Nocken? Oder ist das tatsächlich sogar für jeden Zylinder eine Einzelnung? Deswegen, die muss genau eingemessen werden. Das ist wie Steuerzeiten einstellen eigentlich. Und dass dann eben dieser sogenannte Förderbeginn, wie beim Dieselmotor, das dann zum richtigen Zeitpunkt auf dem ersten Zylinder angefangen wird, einzuspritzen in der richtigen Sequenz. Das fahren wir auf dem Stationärprüfstand auch raus, dass wir im Prinzip unterschiedliche Einstellungen probiert haben, wann ist der optimale Einspritzzeitpunkt, dass die Kraftstoffwolke dann auch zum richtigen Zeitpunkt im Zylinder ankommt. Und dann kann sich das Ganze zusätzlich aber auch noch nicht nur von dem Punkt verstellen, sondern auch von der Menge? Oder wie läuft das ab? Oder macht der Nocken immer das Gleiche? Nee, der Nocken wird praktisch einmal über die Drehzahl, wird er verdreht. Das ist ja der Vorteil über Fliegewichte. Und dann hast du ja über die Gasbetätigung eben auch den sogenannten Lasthebel, wo du dann einfach mehr oder weniger Last gibst, so wie du eben auch Gas gibst. Und das Ganze dann noch über die Drehzahl. Damit bist du lastabhängig gesteuert. Und so hast du zu jedem Zeitpunkt die richtige Kraftstoffmenge. Und das ist dann der sogenannte Raumnocken, dass man halt zusätzlich auch noch diese Gaspedalstellung vom Gemisch hereinbringt. Genau. Und das ist diese Betätigung, hier diese Stange. Und hier vorne siehst du ja dann, wenn du jetzt das Gas betätigst, wie dieser ganze Stangenwald hin und her geht. Habt ihr so eine Pumpe zerlegt da? Wir können auf dem Stationärprüfstand, kann man es ein bisschen besser sehen. Kann man besser sehen. Okay, dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange, sondern gehen einfach mal rüber und gucken es an, weil stationärprüfstand ist immer geil. So, hier ist dann der kleine Porsche-Motor. Das ist jetzt nur ein 3 Liter. Nur. Nur, ja. Aber hier siehst du die mechanische Pumpe, dieser kleine Antriebsriemen. Und so ist das Ganze aufgebaut. Und wie gesagt, dieses Einmessen, so wie wir eben schon gesprochen haben. Der versteckt sich echt komplett eingebauter Riemen. Und da vorne siehst du die Stelleinheit. Deswegen, das sind die drei Kabel hier. Die gehen hier hinten an den Stelle. Und dann brauchst du ja ein Drehzahlsignal, ein Drosselklappenpot, die was an der Seite sitzt. Und dann eben die Verstelleinheit, dass wir von außen über eine Steuerung diese Regelstange, die sonst über das Gaspedal mit betätigt wird, dass wir im Prinzip, also das wird ja hier genauso gemacht, das wird mit aufgezeichnet. Und wir machen dann zu der jeweiligen Stellung geben wir eine Kraftstoffmenge. Da können wir einmal hier um die Ecke schauen. Ist dir was eingefallen? Ich überlege nur gerade, ach so, also es ist schon so, dass hardwaretechnisch die Pumpe genauso ist. Die ist die gleiche? Ich dachte jetzt, die Ansteuerung ist jetzt nur eine Überwachung. Weil du brauchst ja, um jetzt ein Kennfeld elektronisch fahren zu können, brauchst du ja die Position. Das heißt, du brauchst für die Hebelstellung brauchst du ein Drosselklappenpot. Und um dann innen die Regelstange verstellen zu können, damit er mehr oder weniger Kraftstoff hat, brauchst du ja eben einen Steller dafür und auch eine Überwachung für diese Position. Und das ist das, was da elektronisch jetzt an dieser historischen Pumpe angebaut ist. Und dadurch sind wir jetzt in der Lage, wir fahren mit dem Prüfstand jetzt wieder jeden Betriebspunkt und können die Pumpe elektronisch einstellen, dass wir die richtige Kraftstoffmenge haben. Das heißt, der eigentliche Steller, der das am Ende verstellt, ist hier drin? Ja. Ah, okay. Verstanden. Das heißt, das, was mechanisch sonst diesen Raumnocken verstellt hat, ist jetzt ein elektrischer Steller, den ihr von da drinnen hin und her schieben könnt? Genauso. Okay. Da haben wir es verstanden. Und um das Ganze noch aufzuzeichnen, halt ein Poti rein. Beziehungsweise ein Poti außen und ein drinnen wahrscheinlich. Für die Position. Und warum habt ihr jetzt gerade den Motor hier? Weil ihr werdet das gleiche mit Ollis Motor auch gemacht haben. Der wird hier genauso. Genau das gleiche haben wir mit Ollis Motor gemacht. Und hier ist es jetzt im Prinzip auch. Das ist ein Rennfahrzeug. Wir fahren jetzt hier auf dem Stationärprüfstand, weil du siehst, wir kommen natürlich viel besser Abgastemperatur, Zylinderkopftemperatur. Und so haben wir das ganz zu Anfang ja einmal referenziert, dass wir im Fahrzeug zum Beispiel gemessen haben, welche Zylinderkopftemperaturen. Du hast ja an einem luftgekühlten Motor, hast du ja null Rückmeldung außer die Öltemperatur. Das ist ja völlig zeitversetzt. Und deswegen messen wir hier mit einem 1 mm Element unter jeder zur Kerze die Zylinderkopftemperatur. Kann man da grob sagen, wenn man sowas misst, wo man das am besten misst? Also wirklich irgendwo im Kerzenschacht irgendwo? Direkt unter der Kerze. Also ich habe jetzt die originale Scheibe, die unter der Kerze ist. Die nehmen wir runter und dann haben wir eine 2 mm Scheibe mit einer kleinen Fahne dran, wo ein 1 mm Loch reinkommt. Und da wird mit Wärmeleitpaste ein 1 mm Thermoelement reingesteckt und dann wird die Nase umgebogen, damit du im Kerzenschacht mit dem Thermoelement hochkommst. Ach krass. Und dann misst du genau praktisch zwischen Kerze und Zylinderkopf die Wärme, die tatsächlich vom Kopf in die Kerze geht und damit bist du ganz dicht an der tatsächlichen Oberflächentemperatur. Das heißt, wie träge ist dann selbst das noch? Kann man da wirklich sagen, in dem Moment, wenn du siehst, es wird zu heiß, das passt auch genau zu der Verbrennung. Ja, das wirst du gleich sehen. Wenn du eine Laständerung machst, siehst du sofort die Temperaturänderung. Also wir sind mit dem Element an der Stelle schneller. Die moderneren Porsche haben ja im Prinzip auch einen, meistens den dritten Zylinder, auch von außen mit dem originalen Thermoelement oder Temperaturfühler. Und der ist wesentlich träger als das, was wir hier messen. Also die brauchen wesentlich länger, bis sie es merken. Und wir referenzieren vor, einmal im Fahrzeug, das haben wir natürlich ganz zu Anfang gemacht, wir sind verschiedene Motortypen auf der Straße gefahren, welche Zylinderkopf-Temperaturen treten in einer freien Wildbahn auf. Und das bilden wir hier nach, weil wir unsere Lüftung natürlich steuern können, also mehr oder weniger Lüftung. Und letztendlich geht es immer über dieses Gebläse, aber wir können das ein bisschen beeinflussen. Und wir machen natürlich hier die Abstimmung in dem Temperaturfenster, den der Motor hinterher auch im Auto hat. Was darf so ein Rennmotor unter der Kerze haben? Die haben über 200 Grad. Wenn Olli die Dettinger Höhe langfährt, da haben wir ja Datenaufzeichnung, jeder ist bis 220 Grad hoch. Und im Normalfall liegen die zwischen 160 und 180 Grad. Das ist so, das ist normal. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man sich überlegt, alles drumherum, egal ob es jetzt irgendwelche Dichtungen sind oder das ganze Alu halt einfach. 220 Grad Dauerbelastung für Alu ist halt schon. Ja, und deswegen dieser Umstand mit diesen CNC-gefrästen Köpfen, weil es gibt natürlich, heute gibt es auch gute wärmeleitende Aluminiumligierung, aber dieses Warmfest und vor allen Dingen dieses von hoher Temperatur wieder zurück auf Raumtemperatur, gerade was die Vorspannung für die Ventilsitzringe angeht. Und da muss man einfach sagen, dass die Porsche-Ingenieure damals, die wussten schon genau, was sie tun. Also das war schon richtig gut. Und wenn, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, wenn wir originale Köpfe genommen haben, dadurch, dass wir natürlich auch vor die CNC-Köpfe, die vermeintlich theoretisch eine größere Kühloberfläche haben, was aber in Wirklichkeit gar nicht der Fall war, die waren von den Temperaturen her höher, weil die Spalte, wo die Luft jetzt durch die Köpfe streicht, das ist immer davon abhängig, was fahre ich für ein Gebläse, wie dicht ist mein Gehäuse. Und deswegen machen wir zum Beispiel einen Riesenaufwand, wenn wir diese Motoren aufbauen, dass diese Luft hutzen, dass die überall vernünftig dicht sind, überall dicht schließen, weil alles, jedes kleine Loch, wo irgendwas rauspfeifen kann, ist klar, die Luft, ist ja wie wir, wirkt das geringsten Widerstand und geht nicht durch die Kühlerippen. Für den absoluten Leiden, der das erste Mal jetzt gerade zu Sekunden den luftgekühlten Motor sieht, dieses Gebläse hängt an der Kurvelle dran. Es gibt gar kein Wasser in dem Motor, sondern die ganze Luft wirkt wirklich hier durch, über dieses rote Blech, durch die Köpfe gepustet. Also die Luft kommt dann wirklich hier unten wieder einfach frei raus, ne? Ja. So, die kommt da einfach raus und fertig. Kann man sagen, dass bei einem wassergekühlten Motor sich das anders verhält? Mit der Kuppeltemperatur? Da ist wirklich das Wasser als Medium so gut, dass es das wirklich wegschluckt. 100 Grad. Ja. Und dann hast du alles, was dein Gehäuse angeht, hat 100 Grad und vielleicht etwas mehr. Aber im Normalfall, die Öltemperatur ist ja manchmal unten im Nassdumpf etwas drüber. Aber wenn du eine Wassertemperatur von 100 Grad wirst, dann hast du in deinem gesamten Motorgehäuse, bist du da nicht drüber. Und das heißt, bei einem luftgekühlten Motor gibt es tatsächlich den Zustand, der passieren kann, Abgastemperatur ist okay, Lambda ist okay, aber trotzdem wird der Kopf schon einfach zu warm, weil einfach schon zu viel Energie freigegeben wird. Könnte man das in den Griff kriegen mit einem anderen Gebläse? Ja. Und deswegen ändern wir zum Beispiel, es gibt verschiedene Durchmesser an der Kurbelwellenscheibe. Also es gibt erstmal, ich glaube vom Porsche gibt es acht oder zehn verschiedene für die Turbos. Also es gibt alle möglichen Größenunterschiede und vor allen Dingen auch diese Räder. Für die Zuschauer einen ganz groben Vergleich. Das Ding hier bei 8.000 Umdrehungen, 7.000 Umdrehungen, Kurbelwellendrehzahl, wie viel Luft geht da so durch? Ist das vergleichbar wie mit Fahrtwind, der vorne durch die Front geht? Oder ist das viel, viel, viel mehr, viel, viel, viel weniger, dass man niemals so viel Luft enthält? Ja, das ist ja jetzt abhängig davon, welche Größe, also welche Öffnung hättest du. Ja. Aber diese Gebläse sind schon sehr leistungsstark. Also genaue Kubikzahl kann ich dir nicht sagen. Aber es wird schon viel, viel stärker sein als ein typischer Elektrolufter, den wir jetzt kennen. Ja klar, viel stärker. Das würde niemals reichen. Also das ist schon richtig. Da ist schon richtig Sachen hinter. Und sieht irgendwie geil aus, finde ich. Ich finde es nach wie vor irgendwie cool. Denkst du vom Wirkungsgrad her, wenn der Wasser gekühlt wäre, könnte man viel, viel mehr rausholen? Na gut, die moderneren Ab 930, also das ist ja dann gemacht worden. Klar. Und die ersten Stufen waren ja auch, dass nur die Zylinderköpfe gekühlt wurden. Also das kam ja dann auch so stufenweise. Natürlich, das hat für die Verbrennung und für die Sicherheit hat das natürlich einen riesen Vorteil, weil wenn dann dein Gehäuse schon so viel wärmer wird, hast du natürlich die Klopfempfindlichkeit und so, du hast ja einige Probleme, die dann da größer werden. Und das ist ja genau das Thema, wenn man jetzt so einen Rennmotor aufbaut und du auch eine große Grundverdichtung hast und hohe Drehzahlen fährst. Und das war das Thema eben auch. Wir können mechanisch über 8000 drehen, aber dann ist ja die Anzahl deiner Arbeitsspiele wird ja immer höher. Das heißt, der Temperatureintrag wird immer höher. Also macht das für einen Langstreckenmotor oder grundsätzlich und auch Kraftstoffverbrauch macht das natürlich Sinn, mit so wenig Drehzahl wie möglich klar zu kommen. Das heißt, ich brauche früh hohe Drehmomente, damit ich mit möglichst wenig Drehzahl, wenig Arbeit spiele, habe ich die Temperaturen im Griff und ich komme trotzdem auf die Geschwindigkeit. Das ist ein guter Punkt. Jetzt fährst du mir zur Sekunde nämlich ein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum die Saugmotoren auf der Rennstrecke immer schon so warm werden. Gerade Öltemperatur technisch auch immer. Weil ich immer denken würde, Alter, so ein Motor mit Tobolader mit 1000 Grad Abgas-Temperatur und so weiter muss eigentlich viel, viel wärmer werden. Aber klar, Saugmotor fährt eigentlich immer in hohen Drehzahlen und dann auch noch mal 1000 Umdrehungen mehr als ein Tobomotor. Und da kommt natürlich Temperaturdurchstand, weil die natürlich viel, viel häufiger verbrennen im Sommer. Siehst du, Bildungsauftrag heute wieder erfüllt. Wieder was gelernt heute. Der hat serienmäßig, logischerweise auch wegen Zündverteiler, gar keine Klopferkennung. Das heißt, Klopferkennung ist für euch hier wirklich nur wieder euer Sprechrohr hier. Ja. Okay. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay? Ja. Jo. Jo. Das ist ja geil. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade drauf kennt. Ja, also irgendwann, wenn ihr nochmal bei mir im Innenraum so ein Kupon rausseht, dann bist du da, ich hab auch einen finalen Ding reingehauen. Das, was ich jetzt gerade hier höre, ist das Verbrennungsgeräusch oder ist irgendwas am Klappern? Das, was du da hörst, ist das Öffnen der Ventile. Das war jetzt hier so krass, dieses metallische Geräusche im Hintergrund. Also was ich jetzt gerade eigentlich an der Unterdeckscheibe, die gerade irgendwo so ein bisschen rumkurriert, ist tatsächlich ein Motorgeräusch. Und dann hörst du das und dann weißt du irgendwann, okay, das ist das normale Geräusch. Und wenn jetzt zum Beispiel eine klopfende Verbrennung oder so, dann ist das, als wenn da einer mit dem Hammer hängt. Denk, 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 das ist ja so. Und das ist jetzt die eigentliche Software für die Einspritzung. Ja, und jetzt kann man hier sehen, der rote Punkt, da befindet sich jetzt der Motor. Ich bin jetzt der schwarze Punkt. Und wenn ich jetzt da draufgehe, dann kann ich zum Beispiel sagen, wir sind jetzt vom Lambda-Wert, wenn du da mal hinguckst, ne, 32, 87. Und wir machen jetzt den Betriebspunkt einfach magerer, indem ich hier in dem Kennfeld runtergehe. Dann siehst du da, wie rechts-links magerer wird. Dann siehst du die sechs Abgastemperaturen, schön, wie sie da rumzackeln, symmetrisch. Und der kleine, der kürzere, graue Balken sind die Zylinderkünfte. Anglomäst, wenn ich mich tatsächlich, dass wir selbst jetzt gerade schon nur bei 2.000 Euro schon 115 Grad am Zylinder gefahren sind. Das ist schon recht schnell, ne? Naja, ich bin dafür, dass da noch gar nichts los ist. Aber du kannst jetzt gerade Zylinderselektiv nichts anpassen. Nein, das stimmt. Das ist nicht, dass du hardware-technisch in der Form, wie man die noch umgestaltet. Das brauchen wir noch, das brauche ich ja auch nicht. 25, 25 Grad, das ist jetzt so mager. Was Olaf jetzt gerade macht, ist jetzt nicht so typisch Gas geben, dass der Motor hochdreht, sondern du drehst den Brenn rein, dass die Last höher wird, ne? Genau. Wir haben ja die Reptie jetzt eingestellt auf 2.000 Umdrehungen. Du siehst, sie hält sie auf 1, 2 Umdrehungen. Und das ist ja immer der Unterschied zwischen dem Rollenleistungszustand und dem Stationärzustand, dass du halt in aller Ruhe alles dir genau angucken kannst und über ein elektrisches Stelllement, die Drosselklappenstellung und über eine Elektronik geregelt. Du siehst ja die 2.000 Umdrehungen. Und wenn ich jetzt mit der Last zum Beispiel wieder runtergehe, also weniger Drehmoment, und das Bewegnung, Drehung in der Drehzahlregelung, und das würde es auf dem Rollenzustand so in der Form, würde das gar nicht gehen. So präzise Betriebsquote einzufangen, festzuhalten. Was ich auch witzig finde, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, ist, normalerweise ist ja für einen irgendwie immer Motorgeräusch gleich, dass die Drehzahl mehr wird, wenn das Ding lauter wird. Und hier ist es ja tatsächlich so, du drehst die Bremse rein, also die Lasten, die drehst aber gleich, aber es wird trotzdem lauter halten. Ja. Ja, das ist halt, wenn die Last zunimmt, und du hast ja Motoren, wenn die dann richtig anfangen zu strömen, also das ist ja dann auch je nachdem, wie du den Schieber aufziehst, ist ja dann einfach eine andere Luftmasse. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich drehe jetzt hier, wie gesagt, die Bremse ein bisschen weiter rein, macht er zeitgleich dazu den Schieber weiter auf, also gibt es mehr Gas, oder ist das Gas geben nochmal eine andere Stelle? Das ist ja, ich mache jetzt nur, ich habe jetzt nur Gas gegeben. Also die Bremse ist voreingestellt, das ist das Bode, aber wenn jetzt, hiermit stelle ich die Drehzahl ein. Jetzt sage ich zum Beispiel 1600 Umdrehung, die Bremse hält 1600 fest. Jetzt gehe ich wieder auf 2000. Und egal, jetzt über 2000, du kannst mehr oder weniger Gas geben, oder mehr Gas geben. Genau, und jetzt gebe ich Gas, und damit mache ich die Brosselklappen auf, ich entweder weniger Last, klappe zu, Bremse regelt das aus, oder ich gebe Gas, gebe mit dem Drehmoment hoch, Ja, gutes Spielzeug. So baut sich dann im Prinzip dieses gesamte Kennfeld auf, und diese Form, die man jetzt so sieht, das ist im Prinzip das, das sind die Daten, die Herr Eisenbahn braucht, und kann dann aus diesem Kennfeld diesen mechanischen Raumlocken wieder zurückrechnen, und CNC fräsen lassen. Und dann wird diese mechanische Pumpe aus den 70er Jahren im Prinzip so gestückt, dass jetzt jeder Betriebspunkt individuell passt. Das klingt jetzt gerade so einfach, das Ganze rückzurechnen, aber das Problem ist ja, es ist ja nicht nur ein Rückrechnen, sondern es hat ja auch ein bisschen was mit, mit Hebelverhältnissen, Drücken, Volumen und so weiter zu tun, weil wir blenden das mal ein, das ist am Ende einfach nur ein mechanischer Mocken, der halt hoch und runter geht, der aber genau so halt dann funktionieren will. Das ist so ein ganz kleiner Ring, der ist 12 oder 14 Millimeter breit, und da siehst du so ganz kleine Erhebungen drauf, die werden so ein bisschen gut, und über das Verdrehen auch werden die höher und kleiner, diese Kennfeldform hier, die findest du hinterher dann praktisch verdreht auch, auf diesem Loch, das ist schon richtig komplex, also das, was die Jungs sich da ausgetappt haben, ist richtig genial. Ist dieser Ring verschleißfrei? Ja, das ist gehärteter Stahl zum Schluss, weil der ja abgetastet wird die ganze Zeit, der wird ja mechanisch abgetastet, du kennst da die Kartoffel in der Kugelfischer, das ist ja das gleiche Prinzip, nur fast noch minor, noch kleiner aufgebaut, und das ist schon genial gemacht, und in der richtigen Qualität ist das verschleißbar, aber ist dann gehärterverschleißbar. Das heißt, wie lange braucht ihr, damit das Kennfeld am Ende passt, dass ihr Herr Eisenbrandt schickt, so hätten wir ja den noch nicht. Also wir fahren hier 3, 4 Stunden ungefähr, wenn man das jetzt zusammenrechnet, brauchen wir ungefähr bisher, das ganze Kennfeld durchgefahren haben, und hier in dem Fall ist es auch so, dass es noch 2 Stunden länger sein werden, bei der Motornlage Neues, und das ist ja wieder genau das Gleiche, du brauchst eine gewisse Einlaufzeit, das ist ja Hauptaufgabe meistens von uns, dass wir eben auch so einen neu aufgebauten Motor, während dieser Applikation auch einlaufen lassen, deswegen kommt diese Leistungsmessung, das Ergebnis, das sind die letzten 30 Minuten, von dieser ganzen Zeit, weil jetzt zu Anfang, ein Motor, der noch nicht eingelaufen ist, voll zu belasten, macht ja keinen Sinn, deswegen fahren wir dann mal die Detailastbereiche durch, und hier ist es genau das Gleiche, wir machen erst die Kraftstoffseite grob passend, die Zündung immer schon so ein bisschen mitgestellt, und hier ist es ja jetzt auch so, wir haben eine normale, sehr ein bisschen gezündige Zündanlage, dann haben wir jetzt schon den ersten Änderungsdurchlauf, dass wir jetzt den originalen Zündverteiler auch angepasst haben, dass wir dann die Verstellkurve ein bisschen anpassen, dass es zu dem Motor passt. Aber ich vermute mal, weil der Porsche nebenan aufgespannt ist, dass wenn das hier alles durch ist, Messchen bei euch auf dem Rollprüfstand nochmal geht. Ja genau, wir machen ja immer, das ist eigentlich bei jedem Projekt so, wir machen hier die Entwicklung, bis der Motor sauber abgestimmt ist, dann kommt der Motor ins Fahrzeug eingebaut, und dann kommt ja die Überprüfung vom Fahrzeug, weil funktioniert die Elektrik im Auto richtig, funktioniert die Kraftstoffversorgung, und diese Gesamtüberprüfung, damit wir ein Auto ausliefern, was dann auch tatsächlich richtig funktioniert, wenn abgeprüft ist, weil es ist ja immer schlecht, nach 10 Kilometer fällt noch ein kleines Gabelchen ab, das Auto bleibt wieder stehen, und das stehen wir sicher, indem wir, das ist ja auch das Konzept in der Firma, dass wir den Freistationäre und den Rollenleistungsgutstand haben, um zum Schluss immer sicherzustellen, das Gesamtpaket des Überprüfens. Geil. Darf ich jetzt ganz ein bisschen anreden? Ach, links weniger. Links ist es hier. Und dann siehst du, wie das Drehmomentzeug ist. 4 PS, MoFa, Herkules, gemachte. Ja, aber das ist ja das, wenn wir gleich bei dem Diablo aussehen, wenn du, ne, hier, das ist ja, jetzt fährst du 19, 20 PS, 2000 Kontrollungen, dann fährst du mit 80 durch die Baustelle. So, das heißt, der Großteil der Fahrzeuge, außer wenn es jetzt Landmotoren sind, die werden ja 80, 100, 120, das sind dann 90 Prozent des Einsatzzwecks und deswegen machen wir da natürlich einen riesen Aufwand, weil da kommt ja schon verbraucht, da kommt ja eigentlich letztendlich auch Fahrbarkeit her, wenn du dann die Zündung richtig hast. Ja, das ist ja das Entscheidende. Okay, aber wir können, weil das Auto noch aufgespannt ist, wir können den eigentlichen richtigen Rennmotor einmal hören. Den können wir jetzt mal hören. Okay, dann lass uns das mal auf jeden Fall machen, weil ich will das auf jeden Fall nochmal hören. Olaf, du sagtest, mit den eigentlich besseren Repro-Nachbau-Köpfen gegenüber den Serienköpfen habt ihr jetzt aber trotzdem eigentlich eine Mehrleistung gezielt. Also mit den Serienköpfen von euch gemacht, mehr Leistung als vorher eigentlich war. Ja. Was war Eingangsmessung? Also wie kam das Auto hierher? Was war damals leistungsmäßig? Was ging da so? Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen, mit was ging das los? 340 oder so was. Oder sogar noch weniger. Und die Serienköpfe, Serie, 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 habt ihr die auch mal gemessen, was sowas dann hat? Oder gar nicht erst angefangen, weil für euch eh klar stand, wir ändern ja immer alles. Das ist so weit weg. Weil du hast von den Kanalquerschnitten und von den vor allem von den Ventilgrößen, weil du hast ja dann bei so einem, also diese Hoopro Range, die es bei den Porsche-Motoren gibt, von 2 Liter bis 2,2, 2,4, 2,7, 3, 3,2, 3,3, bis 3,6 und jetzt sind sie ja schon bei über 4 Liter. Und das Entscheidende ist ja immer, dass deine Einheit, die Zylindereinheit wird immer größer. Also musst du, um eine vernünftige Füllung generieren zu können, musst du natürlich auch mit den Ventilgrößen größer werden. Und deswegen hat es gar keinen Sinn gemacht, kleinere Originalköpfe gegenzumessen. Weil ich glaube, das ist vorhin nicht ganz so rübergekommen. Wir reden hier nicht von einem Serienkopf, sondern das Einzige, was an diesem Kopf noch Serie ist, ist, dass er ursprünglich mal Serienkopf war. Sonst ist freie Hand, darf man alles machen. Also jetzt nichts von außen aufschweißen und wir Kanäle noch größer machen, aber man kann schon Brennraum, Kanäle, Ventilsitze komplett, alles frei haben. Ah, okay. Und das war auch eigentlich eure Aufgabe, da quasi Leistung rauszuholen. Verstehe. Und deswegen mit der großen blauen Staubsaugerkiste, also der großen Flowbench. Und da haben wir natürlich ein paar Tage mit verbracht, bis wir dann in verschiedenen Testköpfen, das ist ja der große Vorteil, dass man da eben einzelne Köpfe hat. Und wir haben im Vorfeld mehrere Versuchsköpfe aufgebaut und haben dann unterschiedliche Brennraumkonturen. Das ist immer abhängig, je nachdem, wie tief ich die Ventile sitzen habe, habe ich dann natürlich auch unterschiedliche Brennraumformen. Dann sind hier sehr große Nockenwellen natürlich verbaut. Dementsprechend muss ich dann schon bei diesem starken Ventilwinkel, musst du mit den Ventilen, wenn die größer werden, relativ tief in den Brennraum, weil sonst hast du eine Überschneidung, dass die Ventilteller aneinander kommen. Also das sind ja alles so kleine Randbedingungen, die dann zum Schluss irgendwann zu einer Form führen. Dazu dann den passenden Kolben abgeleitet. Dann haben wir dafür eben Kolben anfertigen lassen und aber das sind halt mehrere Schritte hintereinander, bis du dann zum Schluss so ein in sich geschlossenes System hast. Das heißt, wie viele Anläufe für so einen Zylinderkopf braucht der denn so? Also wir haben in dem Fall, habe ich vier Anläufe gebraucht. Also an Probeköpfen. Und da ist ja dann der vierte praktisch, um zu bestätigen, dass der dritte der richtige war. Verstehe. Aber jetzt sagtest du einzelnen Zylinder, bei den Motoren ist es halt so, dass wirklich jeder Zylinder einzeln gesteckt ist. Die sind jetzt aber alle sechs gleich. Da fängt man jetzt einfach nicht an, irgendwie so Spielchen zu machen, mit Minteler, Äußerer und so weiter. Nein, nein, das ist alles gleich. Alles gleich. Und das ist ja der Vorteil auch, da nutzen wir auch die moderne Technik heute, die Zylinderkopfbearbeitung. Das habe ich halt über viele Jahrzehnte mir so angeeignet. Den ersten Kopf, den habe ich von Hand bearbeitet. Den haben wir dann auch vermessen, diese Testköpfe. Und danach wurde das dann digitalisiert und dann wurden die Köpfe CNC gefräst, damit sie zum Schluss alle gleich sind. Das ist ja der Vorteil, dass das heute so... Das heißt, dein Handschliff funktioniert eigentlich genauso gut, wie wenn es am Ende CNC ist. Naja, bei dem einen. Aber wenn ich das jetzt dann noch fünfmal gleich hinkriegen muss, dann wird es ja schon... Wenn du dann fünfmal einen guten Tag haben musst, so ungefähr, dann... Ja, genau, das ist es. Es geht einfach von der Zeit auch nicht mehr aus, weil das natürlich heute, wenn es digitalisiert ist und für uns geht es ja auch um eine Reproduzierbarkeit. Das heißt, wenn ich jetzt, ob es ein Reservemotor ist oder ähnliche Projekte, dann hat man einfach ja schon eine Datenbasis. Aber man kann schon, Pi mal darum sagen, serienmäßig hätte so einen Motor mit 3,6 Liter damals, 9,64, 250 wäre es. Das heißt, jetzt bei gleichem Hubraum schon eigentlich 100 PS mehr. Kann man schon so sagen, ne? Dafür, dass der 9,64 von der Einspritzung eigentlich sogar besser war. Klar, der hatte keine Flasche über und so weiter, aber da war ja schon mehr... Ich wollte gerade sagen, das kannst du nicht ganz so vergleichen, weil so ein frei ansaugender Motor, das ist ja schon erstmal ein Leistungsvorteil. Dann ist die Abgasanlage natürlich auch ein bisschen anders aufgebaut. Aber da ist schon ein Unterschied. Aber der ist natürlich an den Nockenwellen und wir versuchen natürlich auch bei so einem Motor eine Alltagstauglichkeit hinzubekommen. Also sprich, der muss kalt anspringen, dass das eben auch am Rennplatz beherrschbar ist und der muss durch die Box fahren. Aber dann kommt natürlich eine etwas andere Aufgabe und die liegt ja dann... Was limitiert den Motor gerade? Dass das nicht irgendwie 400, 500 PS wäre, eine Drehzahl? Oder einfach gar nicht gewollt, noch mehr Leistung zu haben? Nein, der begrenzende Faktor ist ja, es ist ein Zweiventiler. Und wenn du dann in dem Bereich bist von der Literleistung, wo wir jetzt sind, dann hast du einfach eine Grenze, wo wenn du diese Grenze weiter nach oben schieben willst, dann musst du anfangen, was zum Beispiel die Nockenwellen angeht, dann geht es los, dass die Kinematik von den Kipphebelchen, das heißt, du kannst mit den Originalteilen, ist das begrenzt. Du kriegst dann keinen mehr Ventilhut mehr hin. Also dann wird es sehr aufwendig, sehr teuer und ab einem gewissen Niveau, das kennst du ja, glaube ich, in deinen Projekten auch, jedes weitere PS wird dann Kosten nutzen. Das wird dann sehr teuer. Und wahrscheinlich schiebt sich das ganze Band auch immer, immer weiter zusammen, dass es am Ende wahrscheinlich auf der Rennstrecke noch nicht mehr schneller ist. Weil hier zählt ja am Ende gar nicht unbedingt die Maximalleistung, sondern dass das Ding halt auf der Rennstrecke abliefert. Ja, aber es ist ja schon so, das Thema hatten wir ja vorhin auch, Leistung macht schnell. Das ist ja eine einfache Regel. Das ist hier genau das Gleiche. Und dann ist das Auto zwar leicht, aber es ist aerodynamisch natürlich, wie man sich vorstellen kann, mit den Reifen und mit der Konstellation. Mit dem Backen und dem Spoiler. Genau. Das heißt, Döttinger Höhe, dann geht es tatsächlich nur um Leistung, wenn du noch schneller fahren willst. Ist es ja immer so, weil das ja dann doch eine Schrankwand wird. Und von daher würde das schon Sinn machen. Aber mit der Kühlung führen wir das Thema. Ist ja genau das Gleiche. Du musst ja alles, was du an Mehrleistung generierst, musst du auch kühlen können. Und dann kippt das irgendwann. Let's go, Rücher. Wir blenden mal ein altes Foto ein. Das erinnert mich so ein bisschen an mein altes Limo-Handschuhfach. Weil da hatte ich tatsächlich am Ende auch so viele Anzeigen drin, dass es fast so aussah. Aber geil, selbst hier alle Zylinder einzeln nochmal angesteckt wieder. Das ist ja auch so. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Also diese Downshift sind immer einfach das Geilste. Muss man einfach so sagen, kurze Ansaugung, so diese Runterschalten, dann auch bei diesen Saugermotoren, diese kurzen Getriebesprünge dann beim Schalten immer. Geil. Läuft extrem sauber, finde ich. Also so auch akustisch, was man so halt hört. Auch so Lastwechsel. Wir konnten einen schönen Lambda-Wert auf dem Display die ganze Zeit sehen. Auch jetzt nicht irgendwie irgendwelche Riesensprünge, sondern schon echt schön. Das ist dann das Ergebnis, weil wenn du den eigentlichen Drehmomentverlauf siehst, ja natürlich bei so einem Motor durch die großen Öffnungswinkel, wo du die Resonanzen richtig schön sehen kannst. Also das geht natürlich rauf und runter. Und das war die große Schwierigkeit. Und da hat der Jörg Eisenbahn, da haben die auch richtig gekämpft, um das auf diesem kleinen Raumnocken auch. Die haben dann auch wirklich diese Übersetzungsverhältnisse. Also das ist so eine kleine Pumpe ist ja, das ist ja wie eine Ureng drin, diese kleine Hebeleiter. Das ist wirklich ein kleines Wunderwerk. Und das war ein langer Weg, das auch so hinzubekommen, dass das Ergebnis dann zum Schluss sich so anhört und so fährt. Und das ist natürlich auch gerade für ein Langstreckenauto, da geht es ja auch um Kraftstoffverbrauch. Das ist ja nicht nur die pure Leistung, die du hast, sondern du musst ja auch über die Distanz kommen. Und wenn du einen Tankstop mehr hättest, dann hat dir das alles nichts genutzt. Das kommt ja mit dazu. Also akustisch würde ich ehrlich gesagt sagen, klingt es eher nach 500 PS? Nee, haben wir nicht. Nein, werden mit Sicherheit nur 350 sein. Aber klingt schon geil. Also klingt wirklich zornig, klingt gut. Also ich hätte da auf jeden Fall gesagt. Also ich glaube auch, wenn du das Auto auf der Rennstrecke hörst, wenn das Ding voll ausdreht, da vorbeifliegt, die Gänge schaltet, ist das schon richtig. Also wir haben ja fast einen kleinen Betriebsausflug gemacht, weil gut, für mich war jetzt klar, ich wusste, was dann kommt. Aber ich habe dann natürlich auch die jungen Männer, die dann auch den Motor zusammengebaut haben, die mussten dann alle mit. Und dann war natürlich große Freude, wenn du das dann auch in freier Wildbahn hörst und wenn das die gerade runterkommt. Das ist nochmal was anderes als hier drin, wenn du den im Freien hörst. Das ist schon gut. Und wenn dann ein Fahrer aussteigt und Besitzer und auch der zweite Fahrer, der Ruben Zeltner, und wenn sich dann die Herren eben auch dementsprechend freuen, dass das jetzt alles richtig gut funktioniert, das ist ja der Lohn der Arbeit. Olaf, vielen, vielen Dank, dass wir das zeigen durften. Immer wieder sehr genügend. Wir müssen noch einmal zu Olli rüber. Olli, weiterhin viel Erfolg und viel Spaß mit dem Auto. Wir müssen uns auf jeden Fall auf der Rennstrecke nochmal einmal treffen. Ja, ich habe ja gehört, du kannst auch fahren. Vielleicht kannst du ja selber nochmal eine Runde drehen. Ich weiß nicht, ob das meine Versicherung zulässt. Was ist das ungefähr so an Wert? Kann man das so beziffern? Ja, die werden so um und bei, ich sage jetzt mal, round about 200.000 Euro als Replik gehandelt. So das typische Auto, was man halt auf der Rennstrecke gerne bewegen will, so vom Wertheil. Ne, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen, aber mir würde es tatsächlich erstmal reichen, mit zu fahren. Ja, super. Das wäre mein erstes Vergnügen, was ich erstmal einmal erleben wollen würde. Weil ich glaube, dass das schwieriger fährt, als man denkt. Nein, eigentlich nicht. Also klar, es wird immer gesagt, diese Autos sind zickig und man muss da unheimlich aufpassen. Aber ich fahre hier nun auch das eine oder andere Auto und muss sagen, das ist ein gutmütiges Auto. Wenn man weiß, wie man ihn handeln muss, wenn man die Reifen auf Temperatur hat. Also selbst, wenn er bei hohen Geschwindigkeiten mal ein bisschen anfängt auszubrechen, den holt man schnell wieder. Also gutmütig. Okay. Ist das jetzt Rollout oder seid ihr schon gefahren, so mit dem Setup, wie es hier ist? Ja, das ist jetzt der Feinschliff gewesen, aber im Großen und Ganzen hat sich nicht viel geändert. Für Olaf war es auch wichtig, jetzt nach dem ersten Rennen, das ist ja über eine Distanz von alles in allen dreieinhalb, vier Stunden gegangen, einfach nochmal alles zu kontrollieren, nochmal zu checken. Und er hat nochmal ein bisschen was am CO, im Standgast gemacht und nochmal mit Herrn Eisenbrand nochmal das Kennfeld angepasst. Also auch aus der Datenaufzeichnung, die wir haben mitlaufen lassen, einfach nochmal ein bisschen in die Abstimmung, in die Feinabstimmung gegangen. Aber jetzt soll es auch 99,9 Prozent sein. Sehr gut. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß am Wochenende. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Danke. 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 Vielen Dank.